Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um TCP. TCP ist, also es geht zumindest um die Grundlagen von TCP. Es ist nämlich ein unglaublich komplexes und großes Protokoll und wir werden uns da noch lange damit beschäftigen. Es ist wahrscheinlich sogar komplexer als IP, aber egal. Okay, letztes Mal hatten wir uns UDP angeguckt. UDP hat sozusagen Spray and Pray die ganzen Daten aus eurem PC ins Internet einfach reingepumpt und gehofft, dass es ankommt. Und TCP macht jetzt genau das Gegenteil. Es hat also einen zuverlässigen, sogenannten zuverlässigen Transportdienst und stellt sozusagen mit Sequenznummern, Quittungen etc. sicher, dass die ganzen Dickpics, die ihr verschickt, auch wirklich bei eurer Freundin ankommen. Ja, gut, wie macht TCP das? Naja, wir haben mehrere Möglichkeiten, aber zunächst einmal, wir brauchen auf jeden Fall einen Quellport und einen Zielport, damit auch bekannt ist, welche Ports die Anwendung benutzt. Und ich habe sie dieses Mal bewusst zusammengeschrieben, damit ich die Kleine und Großschreibung nicht wieder vermassle, so wie letztes Mal. Okay. Wie ich gerade schon angedeutet habe, wir brauchen Sequenznummern, um die Reihenfolge sicherzustellen. Das heißt, wenn mit unseren Reihenfolgen, ihr wisst ja, im Internet kann es passieren, dass verschiedene Routen gewählt werden. Das heißt, einmal geht es so über den Router, dann geht es wieder so und das nächste Mal geht es halt leider so und dann nochmal so und dann erst so zu eurem Ziel. Wenn das jetzt hier drüben euer Ziel ist und das eure Senke, das heißt, äh, ne, eure Quelle, das heißt, da wo es herkommt, ähm, das heißt, eure Daten müssen nicht immer denselben Weg nehmen, wenn zum Beispiel dieser Link hier oben, der jetzt gleich rosa, orange wird, ähm, überlastet ist. Dann wird zum Beispiel die Dateneinheit einfach umgeleitet. Und das kann sehr, sehr häufig passieren, das passiert sogar eigentlich standardmäßig und deswegen sagt TCP, hey, es kann passieren, dass die Daten nicht mehr in der richtigen Reihenfolge sind, das heißt, ich benutze Sequenznummern. Wir hatten schon einige Verfahren für Sequenznummern uns angeguckt, wir werden uns noch ein paar andere angucken, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, was auf jeden Fall auch benutzt wird, sind Quittung, da hatten wir uns auch schon sehr viel dazu angeguckt, wie Quittung und Sequenznummern zusammen harmonieren. Ähm, ja, die beiden Sachen hatten wir uns wirklich schon sehr, sehr ausführlich angeguckt. Ähm, ganz kurz, ja, wir gucken uns direkt einfach an, wie die Sequenznummern und die Quittungsnummern funktionieren. Wir machen dazu einfach mal hier ein Diagramm, das ihr vielleicht noch aus vergangenen Videos kennt und zwar einmal so ein Wegzeitdiagramm. Wir schicken hier rüber, so, und jetzt wird es ein bisschen komisch, wir schicken hier rüber, ähm, die, die initialen Sequenznummern, also zum Beispiel einfach mal 1. So, und was jetzt passiert, ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir benutzen nicht die, äh, die Dateneinheit als Sequenznummer, sondern die Bytes. Das bedeutet, ähm, hier immer das erste Byte meiner Dateneinheit wird einfach nummeriert, das wievielte Byte habe ich gerade rausgeschickt. Und wenn ich jetzt noch eine Dateneinheit schicke, sagen wir mal, hier oben ist eine Dateneinheit insgesamt auch mit Header und allem drum und dran, mit insgesamt, äh, sagen wir mal 5000 Byte, ja, das ist relativ viel. Aber wir haben 5000 Byte an unseren Empfänger geschickt, dann ist die nächste Nummer, ähm, die wir hier als Sequenznummer benutzen, nicht 2, sondern 5001. Das heißt, wir nummerieren tatsächlich in Byte durch. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich irgendwie dann doch irgendwann mal dran, ähm, weil, ja, wir könnten ja auch unterschiedlich große, ähm, Nummern benutzen oder unterschiedlich große Dateneinheiten benutzen und deswegen hat man sich für diese Notation hier entschieden. So, wie sieht das Ganze jetzt mit den Quittungen aus? Wir benutzen in TCP, achso, äh, noch zu der, zu der initialen Sequenznummer habe ich noch was für euch. Und zwar, die ist eigentlich zufällig gewählt, das heißt, es kann auch mal passieren, dass hier 42 am Anfang steht oder 1337. Also einfach zufällig irgendwas gewählt, ähm, muss nicht immer 1 sein, kann auch mal 1 sein, ist aber relativ unwahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, wir haben hier 32 Bit für eine Sequenznummer, ihr wisst, 2 hoch 32 Möglichkeiten dadurch, das heißt, wir haben hier relativ viele Möglichkeiten, wie eine Sequenznummer am Anfang aussehen kann, ähm, damit eben TCP auch nicht angegriffen werden kann. Den Angriff schauen wir uns vielleicht auch noch irgendwann an. Okay, ähm, die Quittungen, wie sehen die Quittungen jetzt aus? Wir haben sogenannte positive, kumulative Quittungen, die ich euch auch schon gezeigt habe in vergangenen Videos und die, ähm, ja, die quittieren mir, dass eine Dateneinheit angekommen ist, beziehungsweise bis dort und dort ist eine Dateneinheit angekommen. Und jetzt muss ich das hier wieder auf 1 ändern, sonst haben wir hier unten natürlich einen Fehler gemacht mit der 5001. So, mir wird hier quittiert, dass die erste Dateneinheit angekommen ist. Das bedeutet aber, dass ich hier ein ACK schicke, als Server sozusagen. ACK heißt Acknowledgement, also Quittung für die zweite Dateneinheit. Das ist totaler Brainfuck, wie ich finde. Ähm, man bestätigt hier nicht den Erhalt der ersten Dateneinheit, sondern man sagt, hey, ich will als nächstes die zweite Dateneinheit oder halt die, die als nächstes kommt. Ähm, ja, das ist natürlich hier jetzt auch wieder falsch von mir. Man sagt, man rechnet hier auch wieder in Byte. Das heißt, ich sage nicht, ich will das nächste Byte haben oder ich will das nächste Paket haben, sondern man sagt, ich erwarte das so und so vielte Byte als nächstes. Also steht hier eigentlich nicht 2, sondern 5001. Also im Prinzip das, was eure nächste Sequenznummer ist, steht hier, was ihr haben wollt. Das heißt, wenn irgendwann mal ein Byte verloren geht, kann eigentlich auch nicht passieren. Naja, egal. Auf jeden Fall hat man sich dafür entschieden. Ich erwarte als nächstes Byte das 5001. Und deswegen muss hier als Sequenznummer das nächste Mal 5001 stehen. Ich lösche hier hinten dran mal die Größe, ähm, weil wir hier noch mehr reinschreiben müssen. Und zwar, ähm, Sequenznummer ist das hier. So, SEC gleich 1. Jetzt hat aber nicht nur der Sender eine Sequenznummer, sondern der Empfänger hat auch eine Sequenznummer. Und die packen wir jetzt mal hier hin. Das heißt, wir kriegen auch eine Sequenznummer, SEC gleich, äh, keine Ahnung, 42, wie immer bei mir. 42 und wir schicken sozusagen mit Sequenznummer auch eine Quittung. Das heißt, Quittungen haben jetzt auch Sequenznummern. Wir können also sagen, wenn wir irgendwann mal eine Quittung von, mit Sequenznummer 2 empfangen, dann wissen wir, die ist irgendwie nicht mehr so wirklich gültig. Wir haben schon eine viel aktuellere, nämlich die 42 bekommen. Okay, also Sequenznummer 42, AC gleich 5001. Hier steht allerdings nur relativ wenig Daten drin. Zum Beispiel einfach nur, ja, sagen wir einfach mal 2 Byte oder sowas. Und was jetzt passiert ist, ähm, wir nehmen jetzt einfach mal an, diese Quittung braucht ein bisschen länger, bis sie ankommt. Aber die 5001. Dateneinheit kommt schon an, hier unten. Ich merke schon, wir werden hier oben nicht ganz durchkommen. Machen wir einfach nächstes Mal weiter. Macht aber auch nichts. So, ähm, diese Dateneinheit war extrem fix und ist schon angekommen, vor meiner ersten Dateneinheit. Das kann mal passieren. Wir haben in TCP auch wieder einen Timeout. Das heißt, das macht uns eigentlich nichts aus, wenn die Dateneinheit ein bisschen früher kommt. Wir warten einfach ein paar Sekunden länger oder ein paar Dateneinheiten länger. Und wenn dann immer noch nicht meine vorhergehende Dateneinheit angekommen ist, dann fehlt uns was. Und wir können einen neuen Request machen, werden uns auch noch angucken, keine Sorge. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir kriegen die Dateneinheiten in der Reihenfolge. Das heißt, das 5001. Bit kriegen wir zuerst und dann kriegen wir das erste Byte, sorry, nicht Bit. Und was wir jetzt hier machen ist, wir sagen, hier oben nehmen wir einfach auch mal wieder 5000 Byte an, damit man schön rechnen kann. Ähm, wir sagen, wir haben hier eine Sequenznummer 42, einfach so gewählt vom Server. Wie gesagt, zufällig. Und wir bestätigen jetzt kumulativ und zwar positiv kumulativ. Das heißt, wir sagen dem Server, was ist das nächste Byte, das ich erwarten würde. Und nummerieren das hier. Also mein nächstes Byte, was ich nach 5000 Byte erwarten würde. Das heißt, ähm, wäre dann 10000 und 1 zum Beispiel oder sowas. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch relativ irrelevant. Ähm, nehmen wir einfach an, hier haben wir ein paar Byte verschickt. Hier haben wir ein paar Byte verschickt. Dann ist das eben das nächste Byte, das uns fehlt. Ist jetzt egal, wie lang die Dinger sind im Endeffekt. Ähm, ja. Warum hat man das so gemacht? Naja, weil man irgendwie cool ist und das einfach kann. Was man dann aber als Empfänger, äh, als Sender auch macht, ist bei den nächsten Bytes, das heißt, Sequenznummer ist hier dann 10000 und 1 und wir haben ein Acknowledgement gleichzeitig noch mit. Das heißt, wir sagen ihm, hey, deine Quittung ist bei mir angekommen und ich erwarte als nächstes, äh, was hatte ich gesagt? Wie groß die Quittung hier ist? Zwei Byte. Also erwarte ich als nächstes 44 zum Beispiel. Irgendwie sowas könnte man denken, macht hier Sinn. Das heißt, die nächste Sequenznummer, und jetzt gehe ich noch ein Stückchen tiefer, nächste Sequenznummer hier von unserem lieben Guten gegenüber ist, ähm, die Sequenz, oh, ja, da darf ich nicht hinschreiben, sonst dreht es wieder um. Die Sequenznummer SEQ von unserem Empfänger zu uns hin muss dann 44 sein, weil sie eben genau dem hier entsprechen muss. Das heißt, die Ack hier ist immer die Sequenznummer hier und die Ack hier ist immer die Sequenznummer, die als nächstes kommt. Also erst Ack und dann die nächste Sequenznummer ist immer die, äh, die ihr gerade vorher beim Ack empfangen habt. Ja, ähm, das war dann mal zu diesen beiden Zeilen. Nächstes Mal geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt soweit alles verstanden und falls nicht, schaut's euch nochmal an oder schickt mir einen Kommentar oder eine Nachricht oder was auch immer. Ich bin mittlerweile auf so vielen Kanälen, ich hab schon keinen Überblick mehr. Nein, Spaß, ich antworte eigentlich immer. Okay, dann bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao!